G.B.I.S. Italienisch ist eine Mischung aus selbst erfundenen Worte, die einfach mit einem italienischen Akzent sind. Einiges Spanisch drin, dann schmeißt er vielleicht noch ein bisschen Franzosisch oder Chinesisch vielleicht sogar. Also es ist eine Sprache, die keiner versteht. Die Italiener auf keinen Fall. Weißt du, du musst dann nur irgendwie nicht bedrohlich sein, aber doch ein bisschen frech sein. In Italien. Du bist dann ein bisschen so freundlich frech und dann meinen die, hey, du bist einer von uns und dann ist alles gut. Weißt du so. Ich weiß nicht, das ist Instinkt. Ich habe selber gestaunt, wie gut ich Italienisch kann.